Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Duck McStuffins. Niemand will mit Bronte spielen, weil er Mundgeruch hat. Was ist da bloß los? Ich brauch echt nur Umarmung. Oh, ich mein, ich würd gern kuscheln. Ich überwinde mich. Tapferes Lämmchen. Oh, danke Lemmy. Das macht mich unglaublich glücklich. Ups, tut mir leid. Bronte? Was ist das denn? Eine Zahnbürste und Zahnpasta zum Zähneputzen. Du drückst ein wenig Zahnpasta auf die Zahnbürste. Und dann steckst du dir die Zahnbürste in den Mund. Und dann kannst du... Nein, geh weg. Ich steck mir doch nicht so ein Ding in den Mund. Bronte? Machst du bitte jetzt deinen Mund auf? Das ist aber gar nicht gut. Weißt du was? Zähneputzen fühlt sich nämlich wahnsinnig toll an. Ja, das stimmt, Doc. Zähneputzen ist so schön. Ich mache es zweimal am Tag und bürste alle klitzekleinen Essensrestchen heraus. Hey, wie wär's, wenn wir alle unsere Zähne putzen? Zusammen! Ja, wir feiern eine Zahnputzparty. Eine Party? Eine Zahnputzparty? Kann ich auch mit? Wo ist sie? Was machen wir da? Bronte, aber natürlich kannst du mitkommen. Zahn, Pasta, Zahn, wirft ihr etwas Wasser? Nicht zu viel! Wir putzen Zähne, Zähne, raus mit den Essensresten, die in den Zähnen und den Lüffchen stecken. Putz es drauf und runter, dann von vorn nach hinten. Putz die Zähne, bis sie blitzen und blinken. Pfefferminz oder Zimt, mit Geschmack bringt euch auf Zack. Mach eine Party in dem Mund. Atem gut, Zähne weiß, jeder weiß jetzt, was das heißt. Wir putzen Zähne, Zähne, wir putzen Zähne, Zähne. Erst mal oben und dann unten, ganz unten, unten. Wir putzen Zähne, Zähne, wir putzen Zähne, Zähne. Wir putzen unsere Zähne jetzt! Du hattest recht, Doc. Zähneputzen macht total Spaß. Oh Mann, macht das Spaß! Sieh es dir im Spiegel an. Wow, fantastisch! Und mein Atem riecht jetzt auch wieder gut. Oh, 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 ich will auch meine Zähne sehen. Ah, ein Drache! Oh, Moment, das bin ich. Ähm, jetzt ist ja mein Stinke-Salami-Atem kuriert. Äh, wollt ihr da vielleicht wieder? Ihr wisst schon, wieder mit mir spielen? Natürlich! Und ab! Sicher! Klar wollen wir spielen! Kommt ruhig alle wieder raus! Bronte, geht es viel besser! Bist du sicher? Sag mal was, Bronte! Schlechten Atem zu haben war schrecklich, aber wie ist der denn jetzt? Mh, minzig und frisch! Ich wusste, es gibt eine Lösung. Das riecht gut, oder? Oh, mir geht's besser, so viel besser. Danke, Doc, du hilfst und mein Bivinchen vergeht. Klar ist der Befund und schon bin ich gesund, wie ihr seht. Oh, was mir jetzt besser, so viel besser geht. Oh, und mein Atem riecht auch viel besser. Spielen macht viel mehr Spaß, wenn jeder einen frischen Atem hat. Macht es wie Bronte und putzt eure Zähne jeden Tag. Noch mehr Geschichten mit Doc McStuffins gibt's auf Disney Junior. Spielen macht viel Spaß, wenn jeder einen frischen Atem hat.